Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch wieder die Challenges der Woche 10 zeigen. Dafür bin ich ja schon mal in das Spielsage reingegangen. Ich kann die Challenges jetzt noch nicht direkt machen, weil die noch gar nicht online sind. Allerdings habe ich das hier mit den Leaks gesehen. Und die erste Challenge ist, ihr müsst hier in The Block oder auch in Tilt Towers Kills machen. Drei Stück insgesamt. Dieser Block sieht ja schon sehr cool aus. Und ich denke mal, hier sind ja auch ordentlich Kisten, womit man das machen sollte. Und wenn ihr dann schon direkt hier seid, dann versucht doch am besten ein Infanteriegewehr oder eine AK zu finden. Denn damit müsst ihr insgesamt 500 Damage hinzufügen. Denk ich mal, sollte nicht allzu schwer sein. Hey, wie gerade die AK findet man eigentlich in so ziemlich jeder Runde. Einfach ein bisschen raufballern. Ich denke mal, wenn man hier die drei Kills macht oder dann nochmal nach Tilted geht, sollte man das auch ganz schnell haben. Und wenn ihr dann hier in The Block die drei Kills gemacht habt, dann geht doch am besten direkt weiter nach Junk Junction. Dort ist die nächste Challenge. Und zwar müsst ihr wieder eine Schatzkarte folgen, wie schon der Schatzkarte in Paradise Palms. Und auf dem Weg könnt ihr dann auch direkt Bäume abfarmen. Denn ihr müsst insgesamt in einem Match 500 Holz farmen. Ich denke mal, es sollte easy sein. Hier, die paar Bäume kann man ja nochmal schnell abfarmen. Das ist allerdings eine gestattete Herausforderung. Das heißt, es ist nur die erste Challenge. Danach müsst ihr nämlich noch 400 Stein farmen und 300 Metall in der dritten Staffel. Das Ganze sollte, denke ich mal, relativ easy sein. Metall, 300 sind jetzt nicht allzu schwierig. Notfalls geht nur einmal in Arena Modus und spätestens dort sollte es relativ easy sein. Und hier seht ihr schon die Schatzkarte. Die ist hier ganz oben über dem Gebäude. Wenn ihr hier die Hundehütte habt, im Prinzip hier vom Gebäude, einfach folgen und dann hier in den Norden hochgehen. Und hier ist die Schatzkarte. Damit müsst ihr einmal interagieren. Und dann müsst ihr den Schatz so noch suchen. Und da werde ich jetzt kurz hinfliegen und dort sehen wir uns dann auch gleich wieder. Wenn ich gerade schon auf dem Weg dahin bin, werde ich euch noch kurz die Schatzkarte einblenden. Die solltet ihr gerade hier sehen können. Und da seht ihr hier schon Forkknife. Das ist hier natürlich bei Fatal Fields, wo ich auch schon mittlerweile gelandet bin. Und dort seht ihr am Rand auch rechts unten am Messer das kleine Kreuz. Und das hier unten, da beim Stein im Prinzip, ne wobei, ich weiß gar nicht ob, entweder es würde hier beim Stein ungefähr sein. Oder es könnte auch ganz gut sein, dass das da unten bei diesem leeren Fleck ist. Weil das ist möglich, wobei eigentlich die Schatzkarte ja noch hier zeigt. Welche, na ne, einfach suchen, dann findet ihr das eigentlich auch direkt. Ähm, ja, des Weiteren waren das natürlich nicht alle Challenges. Denn eine Challenge, die jetzt nicht unbedingt extrem schwierig ist. Äh, allerdings braucht man eben halt so ein kleines bisschen dafür. Ja, wenn man allerdings hier eben halt ist, ähm, dann kann man direkt hier auch, natürlich geht es hier ganz leicht für jetzt in die Spielwiese. Aber man kann hier einfach zur Piratenbasis hingehen. Denn dort ist die nächste Challenge. Und zwar muss man sich, ähm, durch diesen Ring, oder wir sind ja generell überall auf der Karte verteilt. Allerdings muss man sich generell durch einen Ring mit der Piratenkanone schießen. Und dazu einfach hier oben einmal abbauen, damit der möglichst gerade fliegt. Gehlt ihr so ein bisschen rauf. Natürlich in die Kanone reinsetzen. Und dann müsst ihr so ungefähr gerne richtig gut drüber zielen. Und dann habt ihr das auch. Im Prinzip, äh, von da hinten einmal diesen Ring noch mal da drüber setzen. Und dann an die obere Spitze davon zielen. Also ungefähr so da hin. Ähm, und dann solltet ihr da möglichst gut durchfliegen. Man muss das Ganze auch nur ein einziges Mal machen. Und übrigens fünf Battle Pass Sterne. Und dann, ähm, ja, eine ganz leichte Challenge. Ich denke, das sollte jeder machen, wenn man enttiltet und nach The Block geht. Ähm, aus fünf, also aus weniger als fünf Meter einen killen. Wenn man in Pumpfight ist gegen Gegner in einem Building. Ähm, enttiltet House oder so hat man das ganz easy. Sollte man jetzt sehr, sehr leicht schaffen. Und da ist schon die schwierigere Challenge. Ähm, man muss ein, ähm, so einen Geysir nehmen. Und dann muss man innerhalb von zehn Sekunden nach dem Benutzen 100 Schaden hinzufügen. 100 Schaden mit einer R geht das. Ein Pumpshot. Ähm, am besten am Anfang landet man einmal, ähm, irgendwie da oben. Tomato Temple oder Vulkan. Geht dann hier irgendwie nach Dusty rein. Und dann, ähm, ja, am besten von dem Geysir hier einmal rüber. Wenn da noch Feits sind. Ähm, muss dann eben halt in zehn Sekunden möglichst schnell sein. Ähm, kann ein bisschen schwieriger werden. Und heute sind hier auch die neuen Schattenbomben rausgekommen. Die auch extrem cool sind. Und dann fliegen wir, äh, schon zum Geheimbanner, der diese Woche versteckt ist. Den habt ihr vorhin schon einmal aus Versehen eingeblendet gesehen. Ähm, ich werde den allerdings trotzdem nochmal einblenden. Und zwar seht ihr es hier. Wenn ihr, ähm, so auf der linken Seite über den Kopf vom Schlüsselmeisterskin guckt. Dann könnt ihr da so einen kleinen Truck sehen. Und dort ist ein Banner drauf. Ähm, und, äh, jetzt wenn man mal hier nach Nutley kommt, ist das ja im Prinzip die Position so von hier ungefähr, äh, wo du rauf guckt. Allerdings ist da hinten natürlich gar kein, ähm, Truck. Ähm, das sind allerdings die gleichen Trucks, die hier auch sind. Also würde ich entweder mal hier bei den beiden nachgucken, oben auf dem Dach. Oder alternativ bei dem Truck da hinten. Vielleicht bewegt er sich nachher auch nochmal kurz nach da hinten rein. Ähm, das Live-Event wird ja auch noch passieren. Dazu sind jetzt die finalen, äh, Vulkan-Event-Files reingekommen. Wahrscheinlich wird auch Polar Peak zerstört werden. Ein bisschen von Tilted, ein bisschen von Retail Row. Und dann gibt's natürlich auch noch den, die Loot-Lake-Bunker-Öffnung, die wahrscheinlich dann mit einem Voting-Event, äh, stattfinden wird. Allerdings waren das schon alle Challenges. Und dann hoffe ich, äh, dass ich, dass, wenn euch das Video hier gefallen hat, dass ihr ein Abo und ein Like da lässt. Wäre auf jeden Fall, ähm, extrem nice Support. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin. Ciao.